Oh, nein, ich bin in dem hier, oh nein, oh nein, ich bin in dem Ding drin und, 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 äh, in dem Flugzeug und mein Controller ist aus und geht da nicht wieder an. Wie? Oh, jetzt ganz kurz, aber ich fliege noch, ich muss schnell landen, Notlandung, bevor mein Akku leer ist. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe, unter der Ampel durchlanden, oh, gelandet, sichere Rettung, jetzt schnell aussteigen, weglaufen. Wie geil ist das denn, Notlandung, bevor die Passerie im Controller leer ist. Ah, hallo, unser Herzen Willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action, die Winter-Weihnachtsausgabe, irgendwie so in dem Zeitraum. Hallo, wir sind wieder mit Dinner unterwegs, yo. Hallo, Kev, na, wie geht's? Ja, wir haben uns gegenseitig heute Morgen geweckt, weil wir brauchen noch für die Weihnachtszeit ein paar Folgen. Ich lube denen an. Guten Morgen, gute Nacht. Ich glaube, du hast noch nichts gemacht und zockst direkt, ne? Direkt, ja, ich hab schon geduscht, ich hab noch nicht gefrüchte, aber ich hab geduscht und, äh, das ist ja auch schon wertvolle Zeit gekostet, aber versuchen trotzdem noch möglichst viele Folgen aufzunehmen, damit wir euch hier auch über die Weihnachtszeit Folgen bieten können, auch wenn wir da gar nicht zu Hause sind. Wir beide sind bei der Familie irgendwie und deswegen haben wir das voll verpennt, wir wollten schon vorher aufnehmen, aber naja, wird das so. So, ähm, wir haben heute was Schönes vorbereitet, beziehungsweise ich hab einen Zuschauervorschlag, ähm, gelesen, wo was Geiles drin stand, und zwar stand dort drin, dass wir mit den Helis Autos stapeln sollen. Das finde ich eigentlich ganz geil, deswegen hab ich mir auch diesen Ort hier rausgesucht, und zwar haben wir hier flache Dächer, also ich würd sagen, der eine nimmt das Höhere, der andere das Tiefere. Okay. Äh, machen wir dann Xingxianxiong drum, und hier sehen wir, sind, äh, die komplette Straße ist einmal rundherum, das heißt, hier fahren Non-Stop-Autos, und hier ist noch ein kleiner Parkplatz vorne, vor der Mall, das heißt, die Autos darf man aufnehmen. Es geht einfach nur darum, einen so hohen, wie möglich hohen Turm zu machen. Seht ihr, der Turm wird, der höher ist, oder der mehr Autos hat? Der höher ist, das heißt, von mir ist, wenn du ein Auto querst oder Kant hochkant stellen kannst, anstelle es hochkant. Es kommt einfach nur drauf an, wie du's hochkriegst, und, ja, ich würd einfach sagen, wir machen Xingxianxiong, der Gewinner kriegt die untere Seite. Oder wollen wir beide nebeneinander, damit man die Höhe vergleichen kann, besser? Ja, dann lass mal, okay, dann auf diesem hier? Auf dem großen Dach hier, einer ganz am dem Rand, und der andere am den Rand, oder? Okay, ja gut, ja gut, läuft, ich nehm einfach rechts, von mir aus jetzt. Ähm, das bedeutet, da, wo du bist. Genau. Okay, so, dann, ähm, achso, wie, Zeit, ich hab mein Handy wieder hier, Akku ist aufgeladen, so, und jetzt? Zehn Minuten. Okay, zehn Minuten, zehn Minuten, und der Timer geht ab jetzt! Okay, ganz! Achso, und dann darf ich mich gegenseitig fertig machen. Nee, okay. Weil das, ähm, geht nur um den Staablaskel. Ja, Haken ist ausgeworfen. Wie kann ich den Haken aus? Mit, äh, mit nach rechts drücken. Was ist, wenn der Heli kaputt geht? Ich will den neuen holen. Scheiße. Er holt den Haken nicht abwerfen. Doch, mit nach rechts drücken, mit dem, mit dem Steuerkreuz. Mit dem Haken nicht. Vielleicht ist er schon draußen. Ach jetzt. Und ich fahre Haken, ich glaube, ich spinne, Alter. Okay, ich hab das erste Auto schon, da hab ich aus dem Verkehr gezogen. Wie hast denn das gemacht? Aus dem Verkehr gezogen, Alter. Warte, 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 warte. Ich hab gesagt, halt, stopp, hier ist Polizei. Und dann ging das so. Mit dem. Militäreinsatz. So, da kommt bei Papa auch das erste Fahrzeug. Das wird mega schwer, Kev. Das wird unnormal. Vor allem, weil man das ja kaum koordiniert. Wow. Aber eins hab ich ja schon. Ich hoffe, hier kann man wirklich stumpf abwerfen, Alter. Ey, das Ding ist, wenn du aber Menschen mitnimmst, dann könnte es sein, dass die mal wieder wegfahren. Was? Dann finde ich das meine Fahrten. Wow. Ich war hier zuerst. Ich hab mich gar nicht auf dich konzentriert. Fuck, jetzt, wegen hier brennt jetzt mein Heli. Oh. Nee, es dampft mal nicht. Oh, Mann. Meiner ist auch schon ein bisschen kaputt. Wir, das ist, die Stelle ist ein bisschen doof wegen der, äh, Dingstation hier. Und jetzt nicht Stromsachen. Ey, überhaupt nicht so. Aber sonst ist der Stichstelle gut. So, wir haben aus dem Verkehr gezogen. Stehen bleiben. Potter. Potter. Bleiben Sie da. Mit dem Haken vorbei. Ey, das ist eine Meisterleistung, die aus dem Verkehr zu ziehen, Dena. Ja, ich hab das, ich hab das schon, einen schon geschafft. Aber jetzt tue ich mir so ein stehendes Auto. Oh mein Gott. Er will nicht. Oh mein Gott. Er will einfach nicht mitfahren. Fahr mit. Fahr mit. Warte, ich nehm die Bahn mit. Alter, Bahn, 1000 Punkte. Muss man richtig aufpassen, wenn man da in der Mitte angelt und dann, die Bahn aber da ist, ne? Ja, ja. Jawohl, ein großes Auto. Ich muss jetzt mit dem Körper vom Heli, muss ich die Laterne umwerfen, damit ich mir das Auto holen kann. Jawohl. Dena-Style, Alter. Oste, Dena, das nicht hoch jetzt, ne? Bist du gerade über mir? Ja, jetzt bin ich vorbei. Okay, bremsen. Neu. Achso, aber mein Auto ist despawned. Ist es aber nicht. Aber dein Auto ist despawned oder ist runtergefahren. Nein, das ist weg. Ja. Nein, das gibt's nicht. Warte, und abwerfen. Oh, und meiner ist ausgestiegen aus dem Auto. Gucken, was für ein Turm ich hab. So einen lächerlichen Turm gewinne ich. Oh nein. Was ist denn mein Zweck? Fette, du hast nicht drauf gewartet, dass der Autofahrer aussteigt. Ich weiß es nicht. Manchmal springen die aber aus dem Auto, wegen dessen du das am Haken hast, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig geil. Das ist schon immer nett gewesen, dann sind die alle immer drin geblieben. Jetzt gehört die Stelle mir. Oh, okay. Ich flieg weg, aber ich kann nicht weg. Oh, alles war knapp. Okay, ich hab schon ein Auto, kannst. Okay. Jo, oh. Bum, 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 bum. Okay, jetzt wird's schwierig. Wir kennen das. Dingerspitzengefühl, so. Das kann ich... Alter, ich könnte mir alles kaputt machen. Mit diesem Turm könnte ich gewinnen jetzt. Oh, oder du wirfst... Oder du packst ihn... Oh nein, mein Heli. Oh, mein Heli. Ich hab ein Turm selbst umgeschmissen mit dem Körper meines Heli. Nein, und ich bin gestorben. Und jetzt ist die Böde vor. Jetzt schnell zum Flughafen fahren, um neu zu holen. Oh, oh. Da ist sie. So, komm, komm, komm. Auto. Okay, das sieht gut aus. Oh, ein Auto. Oh, ein Auto. Ach so, du musst ja... Okay, jetzt hab ich ja chillig Zeit, ne? Jetzt willst du mein Auto holen. Chillt, die Meli. Oh, fuck. Ich hab direkt zwei Sterne bekommen, weil Simmer in dieses Auto möchte. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Ich möchte jetzt, dem ich springe. Auch kaputt. Fast. Diese Bahnstation ist hart, Alter. Das hat gar nicht gerechnet. Ja, klar. Aber dann musst du die andere Kreuz hinnehmen. Wie ist gut? Weil nicht, dass alles dispawn jetzt, ne? Stimmt, ich darf nicht weiter wegfliegen. Das ist echt kacke mit dem dispawnen. Dafür, dass wir solche Challenges, müsste man sich nochmal jemanden extra zu holen, der die ganze Zeit beim Auto steht. Ja. Um aufpassen, dass sie nicht dispawn. Ja, ich möchte dir jetzt schon mal sagen, was ich davon halte. Nein, Autoplieg fährt an mir vorbei. Wollt's noch haben? Ja, der fährt noch einen Parkplatz. Du, Lie. Dann kannst du auch gleich in die Todesgrube fahren. Das ist kein Problem. Ich nippe mich mit. Der ist doch nett, Kev. Und du lachst ihn einfach aus. Wow. Er ist super nett zu dir gewesen. Alter, das ist ein Hammer, den ich fast nicht hochkrieg. Ich fahr auch gerade einen Hammer. Neun. Mein Turm ist dispawn. Der komplette Turm ist weg. Alles weg. Meine Sache ist leer. Ja. Ja, ich glaube, mein ist auch dispawn, glaube ich. Oh, da muss man das vielleicht so machen, dass man auf der Straße das macht, ne? Auf der Straße. Und ich glaube, einfach, da muss jemand sein, der die ganze Zeit halt auspasst, dass sie nicht dispawn. Nee. Okay, dann mach ich jetzt. Moment, Abwurf. Sagen wir dann einfach, wer mehr geholt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich geholt hab. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier. Ja, dann hast du vier. Ich hab ein. Oder hatte ich zwei? Du hast schon zwei, der eine war doch nicht Sport. Du hast zwei machen. Ja. Schade, mit Stapeln wäre das echt was übelst geil ist. Das wiederholen wir nochmal. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp. So, und den hab ich ja noch nicht mit dazu gezählt, liebe Freunde. Oder hab ich den schon mit dazu gezählt, bei vier? Hatte eins, zwei, drei. Doch, nee, den hab ich schon dazu gezählt, aber den muss ich... Er fährt jetzt habe, tue ich dir aufs Dach. So, jetzt kann ich die auch abwerfen. So. Und wie schaut's aus? Heli, Meili, da? Nein! Spawn keiner? Obwohl ich schon so hohes Level hab. Spawn ja eigentlich. Nein! Na, du bist auch gestorben. Aber das bedeutet, du kommst jetzt auf den Flughafen. Ja, das heißt für dich spawnt dann endlich wieder was, ne? Ja. Aber wie lange dauert die Challenge überhaupt noch? Ähm... Sehe ich grad gar nicht. Vier Minuten oder sowas, bestimmt. Drei Minuten dreißig. So, okay, 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 okay. Ich muss den Weg, das Ding ist, ich muss den Wegpunkt da lassen, ne? Damit wir zurückfinden. Vielleicht spawnt das ab Level 20, ich hab fast Level 20. Aber im Moment ist das nicht gespawnt. Ich hab schon richtig früh ab Level 20 Spawners spawnt. Bei mir ist es schon immer nur diese andere Heli. Ich hab von der, wie ist denn mein Mechaniker von der Seite auf den Parkplatz gefahren? Wenn er von jeder Seite umzäunt ist und nicht am einzigen Eingang wartet. Der Mechaniker, er hat besondere Fähigkeiten. Er kann sich mit dem Auto teleportieren, das ist sein Bonus. Nein, ich bin in dem... Oh! Nein, ich bin in dem... Oh nein! Oh nein! Ich bin in dem Ding drin und in dem Flugzeug und mein Controller ist aus und geht da nicht wieder an. Wie? Oh, jetzt ganz kurz, aber ich fliege noch. Ich muss schnell landen, Notlandung, bevor mein Akku leer ist. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Unter der Ampel durchlanden. Oh, gelandet! Sichere Rettung. Jetzt schnell aussteigen, weglaufen. Wie geil ist das denn? Notlandung, bevor die Basarie im Controller leer ist. Aber du hast doch extra neue Batterien geholt, dachte ich. Ja, das waren wohl auch schon welche, die leer waren. Dehner hat nur leere Batterien. Los Leute, sende Dehner alle einen Brief mit einer Batterie drin, Alter. Das geht nicht nur an das Ding. Damit sowas nicht mehr passiert. Das geht immer nur kurz an. Ja, du hast die Batterien oder hast du generell keine mehr? Doch, ich hab noch welche. Dehner hat Batterien, schickt ihm trotzdem... Wie soll ich mir welche? Schickt ihm trotzdem alle schnell Batterien, direkt Briefmarkenkauf hin, mit denen er nie wieder Ausfall hat. LOL! Hier ist doch mal kein Heli! Kein Heli, den ich gebrauchen kann. Nein! Immer den schnell hier. Da! Den, aber hier ist kein Heli! Weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Den Xbox One Controller geholt. Yo! Oh, du hast schon die Xbox One! Ja, ja. Und dann husch ich mir da Forza, FIFA, Battlefield, Need for Speed. Ah! Sehr schön, sehr schön. Und nehm die Batterien da raus und pack die hier rein. Ich hab die nämlich noch nicht gekauft, weil... Aber noch ein Spiel ist, was ich da drauf spielen möchte. Fußball finde ich kacka. Ja, Fußball ist mit Freunden ganz nett. Äh, Battlefield ist relativ beeindruckend gewesen für mich so, aber ist auch nichts, was ich ewig spielen würde. PC hab ich das aber sowieso. Und da ist die Grafik, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ja, eh mal. Bei Xbox One? Äh, aber ich wollte es mir halt eh holen. Aber ist die Grafik geil bei Xbox One? Besser, deutlich besser als Xbox 360 am Vergleich zu PC. Macht es sich, tut das nicht. Also ist PC eher besser, wenn man es einstellen kann. Ja! Da war ein Heli. Oh, ich kann ja weiter fliegen. Komm, ey, da vor. Und schnell raus. Läuft die Challenge noch? Ja. Wie lange das denn noch? Keine Ahnung. Handy ausgegangen. Wie lange noch? Handy, sag mir, wie lange noch? Dann musst du zwei Autos finden. 15, 14, 13, 13, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Alarm. 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 Musst du erst hinter der Brücke starten. Alarm. Alarm. Oh nein. Kann ich noch fliegen mit dem Ding? Alarm. Man kann auch fliegen. Oh. Alarm. Hahaha. Oh Mann. Mir ist ein Flügel abgebrochen. Okay Leute, wir brauchen hier auf dieser Challenge, ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt annehmen darf. Ich habe zwar mehr gestapelt, auch bevor Dena gestorben ist. Deswegen würde ich sagen, ich nehme den erst mal an. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie wir das Problem mit dem A, die Spawnen lesen können und vielleicht ob einer von euch bereit wäre, einfach mal einzuspringen, wenn es sich nicht anders lösen lässt, als dass jemand hier so wartet. Man kann ja auf Xbox Nachrichten senden, das heißt, wenn ihr einfach in der King & Dena Crew oder in der Kevkei, in deiner... Das stimmt. Neue Crew, weil alle haben sich beschwert. Oh, voll blöd. Wir wollen immer mit Dena und Kev zocken und in einer Crew können nur 300 Leute sein. Finde ich eigentlich blöd. Und deswegen habe ich jetzt einfach auch noch die Kev-Crew gemacht. Das heißt, haut ihr auf jeden Fall auch mit Mitgliedern voll, dass es automatisch nicht ihr da angenommen, glaube ich. Deswegen rein da. Genau, rein da und dann, wenn ihr da mit uns spielt, dann einfach, dann können wir euch hier eine Sprachnachricht senden. Hey, wir brauchen hier mal eine Hilfe bei der Challenge, dass ihr hier stehen bleibt und so. Und wenn ihr da so bright seid, das wäre natürlich mega nice. So, weil das löst natürlich die ganzen Probleme mit dem De-Spawnen immer. Und was ganz wichtig ist, ich würde euch eigentlich auch empfehlen, dass ihr uns beide bei Facebook habt, weil ich denke, wenn so ein Spezialfall nochmal eintreten sollte, machen wir sicherlich noch einen Facebook-Post, damit sozusagen der zuerst kommt, der mal zuerst in dem Sinne. Weil es mehr so sein wird. Wo bist du, Kev? Ich bin am Ben-A-Mall. Ich bin beim Flughafen. Let's go to the mall! Was für eine Mall? Das ist dieses Einkaufszentrum Health Mall. Das war es da, wo die dir Sachs ist. Ja, wo wir gebaut haben. Wieso sind die so spaßig, die auf mich schießen? So, geil! Schon wieder zwei Sterne. Komm mal! Die mögen mich alle nicht, Kev. Wieso mögen die mich nicht? Du hast einfach verdient. Du hast so viel Scheiße gebaut. Das stimmt nicht. Das ist genau das. Das Spiel sieht dich schon als Erzfeind. Als Trainer sich nämlich eingeloggt hat, stand zum ersten Mal, dein Erzfeind... Nee, das steht fast immer da. Nee, das steht nur... Das steht nicht Erzfeind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Alter Verfolgungsjagd gegen Bullen? Wer, du, ich? Du! Ja! Die hassen mich alle, wie gesagt. Oh, es packt die Leute! Ich fahre hier nur längs und nichts und mache gar nichts und die hassen mich alle. Aber jetzt soll ich mir ein Flugzeug. Und dann kann sie gar nichts mehr machen, Kev. Oh, wer ist das? Nein! Oh! Bist du nicht kaputt gegangen? Nein, das war die Nackenschelle vom Allerfeindsten! What the fuck? Hier, Deathmatch. Ich würde sagen, da verschieben wir auf die nächste Folge, Leute. Denn wir müssen die Folgen etwas kurz halten, weil wir ein kurzes Aufnahmezeitfenster haben. Deswegen, Deathmatch geht in der nächsten Folge weiter. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao!